Ich freue mich auf einen riesig schönen Abend mit besonderen Menschen. Ich erwarte eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Wir sind sehr gespannt, was für Vorschläge kommen. Einen ganz tollen Abend, eine tolle Preisverleihung, einen würdigen Sieger. Ich hoffe, dass ich den Preis mit nach Hause nehme. Letztes Jahr war ich auch dabei und es war sehr, sehr bewegend. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Wir sind total ersparen, um zu sehen, was passieren wird. Ich freue mich drauf. Ich mache Ihnen schon das dritte Mal mit, von daher weiß ich schon, was mich erwartet. Es wird einfach eine coole Party, tolle Nominierte, tolle Preise. Ein gelungenes, rundherum gutes Fest, denke ich. Hallo und herzliche Kommission für Wittelsenlei an der Design Award im Jahr 2015. Den Design Award machen unheimlich viele verschiedene Parameter eigentlich aus. Zum einen die Teilnehmer, die wunderschöne Beiträge geschickt haben, die zu Herzen gehen, die jeder in seiner Kategorie ansprechen. Dann die Organisationen, die mit ihrer Arbeit die Basis bilden für die Anzeigen, die dann wieder Hauptthema bei uns sind. Die Fachjury, der mein größter Respekt gebührt, die so toll diese Beiträge, die alle toll sind, wirklich bewerten. Die Sponsoren, die ganzen Paten, die wir dieses Jahr haben. Und unsere Mitarbeiter natürlich, die in der Produktion hier vom Event selber, die aus dem Ganzen ein Award mit Herz und Seele machen, weil sie alle ihr Herzblut reinstecken. Applaus Applaus 食 chicken Applaus Applaus Musik Musik Musik